Hallo ihr Lieben, ich möchte heute für dich drei Engelgatter einnehmen und mit dieser wundervolle Energie von Engelgatter. Dann integriert es in unser Energiesystem. Bist du bereit? Möchtest du in meinen Heilungsraum da reintreten? Herzlich einladen. Und ich möchte dich auch gerne einladen in meinen Erlebnisabend am 26. Januar in meiner Praxis Lotus-Venet-Syl. Und wenn dir gut gefallen ist, kannst du zwei Tage Wochenende Intensivseminar eintreten. Ja, ich freue mich sehr auf dich. So, nun nehme ich diese wundervolle drei Botschaften für heute. Yes. Ein. Zwei. Das Sonne ist wundervoll. Wir haben hier so viele Vitamin D. Yes. In unser Körper. Da rein fließen. So, habe ich drei Stück. Dann nehme ich die erste Karte. Engel für Tat, Grab und Erfolg. Ich glaube an mich und meine Erfolge. Yes. Das stimmt. Die Engel ist immer da. Die sind für uns bereit, Unterstützung motivieren, inspirieren, dass unsere Erfolge richtig in Tat, in Tun macht das. Nostert, weiter, ja. Also, wenn du müde bist, dann kannst du auch zurück erholen. Und dann geht der nächste Schritt weiter. Unaufhaltsam. Denk daran, du bist lieber, du bist wundervoll. Ja, danke. So, die zweite Karte ist, Engel für Liebe und Bedingunglosigkeit. Weil ich dich wirklich liebe, lasse ich dir deine Freiheit. Ja. Das ist Unabhängigkeit. Weil mit dieser Bedingung notliebe, ich liebe mich selber. Weil mir ist wichtig. Ich liebe mich so, wie ich bin. Und ich gebe mir keine Schuld mehr. Das ist alles im Leben, das ist die Erfahrung, das ich lernen darf. Ja, und dieses Schuldgefühl transformieren, dann kann ich so gut mit meinem inneren Kind verbinden. Mit meinem Herzen. Dann sind wir Einklang. Ja. Und möchte ich nicht daran an jemanden kleben und abhängig. Ich bin ganz froh, für mich Verantwortung übernehmen. Ist das stimmig für dich? Und wenn nicht, dann machen wir zusammen eine Energieheizsitzung. Dann heilen wir diese Verletzungen. Ja, ich freue mich auf dich. So, die dritte Karte ist, Engel für Kreativität und Selbstaufdruck. Ich erschaffe meine eigene Welt und kann sie auch vermitteln. Ja, genau so ist das. Kreativität. Jeder ist einmalig. Und dadurch musst du keine Angst haben. Du hast keine Konkurrenten. Du hast nur Mitbewirken. Wir sind alle Licht. Alles wundervolle Lichtwesen. Und jeder ist einmalig mit ihrer Puzzle teil. Dann zusammen. Wir sind ein ganzes Bild. Wundervoll. Und ich erschaffe meine eigene Welt. Ja. Niemals hat die Sprache wie ich. Niemals hat diese Gedanken wie ich. Und ich kreiere jeden Tag was Schönes, was Neues für mich zu erleben, zu erfahren, zu entdecken. Und bin ich neugierig. Und dadurch kann ich sie auch vermitteln. Und dadurch habe ich mein Buch. Ja, ich hole mal kurz. Dieser Buch habe ich daran gearbeitet. in fünf Jahren lang von Schreiben, obwohl ich die deutsche Sprache nicht kann. Ich bin mit 17 Jahren hier nach Deutschland und sofort arbeiten. Näherin bin ich, damals, 1988 in Chemnitz. Und ich lerne immer mit in meinem Restaurant, weil ich hier bin, über 21 Jahre Restaurantinhaberin. Ich bin sehr gerne mit Menschen kommunizieren, sprechen, hören. So hören ich meine Stärke. Ich höre so gerne den Menschen zu, was sie mir von ihrem Leben teilen. Und dadurch, die Schmerzen, das Thema wird auch Erleiterung, wird auch transformieren, wird nicht mehr Schmerz haben. Und das bleibt nicht so hängen im Herz. Öffne dein Herz, öffne deine Halschakra, spreche darüber. Öffne du dich. Du musst keine Angst haben, weil Ängste sitzen so viel in den Nacken, in den Schultern, in den Rücken. Und in Gedanken, jeder Gedanken erzeugen. Ob du positiv denkst, ob du negativ denkst. Und ich freue mich, dass ich durch meinen Buch so viele Menschen erreiche. Und sie lesen meinen Buch und haben ihr Leben viele Veränderungen, viele Transformationen zu berühren. Ich habe ihre Geschichte mitbekommen. Sie hat mir geschrieben, sie hat mir gesprochen und sie hat mir auch teilen. Und ich bin unendlich dankbar für dieses Vertrauen. Ja, weil eine Frau wie ich, über 55 Jahre alt ist, im April. Die nicht-deutsche Sprecher beherrschen, aber diese Verbindung von Herz zu Herz. Die nehmen und akzeptieren mich, wie ich bin. Ich bemühe mich, jeden Tag Deutsch zu lernen, noch verbessern. Jeden Tag ein Prozent verbessern. Ja, und das ist das Ergebnis, dass ich so sehr stolz auf mich und diese Unterstützung von Unähnlichen, von Menschen, von meinen Klienten, von meinen Kunden im Restaurant gewesen, damals, wo sie mich auch lassen, dass ich praktiziert in ihrem Gesicht, damit die Heilung sofort aktiv und passieren. So viel Heilung passiert in meinem Restaurant in Nibel. Und dadurch habe ich so viel Vertrauen an diese göttliche Funken, diese göttliche Führung. Ja, so, das ist das wundervolle Drei-Eingegatte heute. Und dieses wundervolle Buch, du kannst auch gerne unter dem Link hier bestellen. Ich freue mich und ich glaube in diese wunderbare Sonne tanken, in diese wunderbare Energie von Jumali Selbstliebe, Selbstheilen, Jumali zu Harmonie. Dankeschön, danke für deine Rückmeldung. Danke, dass du da bist und teilnehmer in meinem Workshop-Seminal Ausbildung von Jumali. Danke.